Erkenntnisse vom letzten Einsatz? Einen Hinweis. Oft merkt man erst, wonach man sucht, wenn es fehlt. Wie bitte? Es gibt Daten, die nicht online sind. Was bedeutet, dass man sie nur als Ausdruck aufbewahrt, weil sie so wichtig sind? Ich weiß zwar nichts über ihren Inhalt, aber ich weiß, wo sie lagern. Dann muss ich jemanden besuchen. Wo? Tschetschenisches Grenzgebiet. Es ist ein Sicherheitsposten. Das SMI fragt gerade die Koordinaten ab. Da sind die Unterlagen. Da sollten auch wir sein. Ich weiß nicht, dass der Helm ist doch konzentriert. Zeitserie los. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich habe den Aktenschrank gefunden, aber ich suche ihn. Ziel 1 erfüllt. Noch 2. Mit der Schlagnose. Irgendetwas hat hier alles zerlegt. Dem Sprengradius nach zu urteilen eine Autobombe. Sieht nach dem Fahrzeug aus, das der DCS-Agent benutzt hat. Kein Wunder, dass er dich nicht zurückruft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020